Hello my loves, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich dachte mir, ich drehe euch mal wieder ein Style & Talk Video, wo ich im Video nicht rede, aber euch ein Voice-Over hinterlege, wo ich euch so ein kleines Live-Update von mir gebe, weil irgendwie seit ein paar Wochen, ich komme zu gar nichts und ihr erfahrt jetzt auch so ein bisschen den Grund warum, denn ich ziehe um. Oh mein Gott, ich ziehe um, Leute. Ich freue mich so sehr, endlich wieder in eine bisschen kleinere Wohnung zu ziehen. Ich habe ja 100 Quadratmeter gerade und es ist einfach viel zu viel. Ich kriege gar nichts mehr auf die Reihe seit Wochen, weil ich den Umzug im Kopf habe, alles am Organisieren bin, alles am Aussortieren bin und es ist alles einfach super, super viel. Okay, ich zeige euch die Produkte, die ich im Video benutze, immer mal in die Kamera. Ihr wisst ja mittlerweile, was ich immer benutze, also falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, aber eigentlich sind die Produkte immer dieselben, die ich benutze. Also, falls ihr irgendeine Frage habt, schreibt es gerne rein, aber im Normalfall, wie gesagt, seht ihr eigentlich immer dieselben Produkte, die ich benutze, nur das zum Thema Make-Up. Ja, ansonsten gibt es nicht viel Neues sonst so bei mir. Also, der Umzug ist geplant, ich bin alles am Sortieren, am Aussortieren, ich freue mich unfassbar auf die neue Wohnung und es wird ein bisschen kleiner und ich freue mich einfach, ich freue mich einfach alles, so ein bisschen mehr an Ort und Stelle zu haben, nicht gefühlt durch eine ganze Haushälfte zu rennen, um die Sache von einer Ecke in die nächste zu räumen. Also, ich muss euch sagen, es war eine Erfahrung wert, auf 100 Quadratmeter zu ziehen. Würde ich es nochmal machen? Ich weiß es nicht. Also, 100 Quadratmeter für eine Person allgemein alleine oder halt mit Partnern ist ja vollkommen egal, aber an sich, es ist zu viel. Also, es ist wirklich zu viel. Vor allen Dingen, diese Raumaufteilung hier bei mir war ja eine reine Katastrophe. Also, keine Ahnung, wer sich diese Architektur hier ausgedacht hat oder diesen Grundriss, es ist ja eine halbe Katastrophe. Also, wenn ich die Wohnung gekauft hätte, ich hätte hier draußen Barbarloft gemacht, aber so wie der allgemeine Grundriss von der Wohnung ist, daher, dass ich hier ja zur Miete gewohnt habe, es ist eine Katastrophe. Die Dämmung ist eine Katastrophe. Ich habe dauerhaft Krach gehabt hier in der Wohnung. Also, ich meine mit Krach, Lautstärke von unten. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, ich wohne im Dachgeschoss. Dann kommt noch dazu, im Winter ist es arschkalt, um das mal zu sagen. Und im Sommer gehst du hier ein wie eine Fliege. Also, es ist wirklich Fluch und Segen, zugleich in einer Dachgeschosswohnung zu wohnen, weil ich lieb es ganz oben zu wohnen. Aber wenn du da noch den Krach von unten mitbekommst, dann gute Nacht. Deswegen freue ich mich, umzuziehen. Ich werde aber im selben Ort bleiben. Und, ja, ähm, ich weiß noch nicht ganz so, wohin mit mir, um ehrlich zu sein. Also, ich bin momentan wirklich ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation, mit dem Umzug, mit einem Plan. Und ihr merkt es auch an der Menge der Videos, die momentan kommt. Es kamen super viele Kooperationen. Das tut mir auch mega leid. Ihr wisst, dass ich eigentlich gar nicht die Person bin, die durch Kooperation für Kooperation reinknallt. Allerdings, ich kam zu gar nichts. Also, wenn ich sage wirklich, ich kam zu gar nichts, ich kam zu gar nichts. Ich habe die letzten Wochen wirklich jedes Teil meiner Wohnung komplett aussortiert. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, was ich komplett durchsortieren muss, ist einmal die Küche und einmal der Inhalt einer Kommode, die ich schon ausgeräumt habe. Aber ansonsten bin ich durch mit Sortieren und ich habe auch keine Lust mehr. Ich bin alle meine Sachen momentan am Verkaufen. Also, alle Kommoden, weil ich neue hole, beziehungsweise auch schon geholt habe. Ich bin euch am Vloggen. Es steht etwas anderes an, was ihr dann auch noch mitbekommen werdet, weshalb ihr merkt, dass ich jetzt schon im Stress bin. Also, es ist einfach super viel. Es ist einfach wirklich super viel. Aber ich freue mich umso mehr auf die neue Zeit in der neuen Wohnung. Ich muss noch eine Couch bestellen, eine neue. Ich war aber nicht sicher wegen dem Stoff und gestern kam der zweite Stuhl an. Ich hatte nämlich zwei Probestühle bestellt, wovon ich einen jetzt für meinen Schminktisch behalten habe und den anderen bestellt habe, wo ich jetzt drei nachbestellt habe, die dann für den Esstisch sind. Und Leute, das wird toll. Ich habe meine Couch auch schon ausgesucht. Ich muss halt nur noch gucken wegen dem Stoff. Und ich hoffe, dass ich da die günstigere Variante finde, weil ich habe keine Lust, über 2.000 Euro für den Sofa nochmal auszugeben oder knapp 2.000 Euro wegen dem Stoff. Und ich hatte mir letztes Mal den Stoff ausgesucht. Allerdings, wie gesagt, ist es mir halt ein bisschen zu viel. Also, ich habe damals für mein letztes Sofa, was ich momentan auch am Verkaufen bin, falls ihr Interesse daran habt, schreibt mir gerne. Ich verkaufe das nämlich momentan über Ebay-Kleinanzeigen zur Abholung. Dann meldet euch einfach. Oder schreibt in die Kommentare. Ich verlinke euch das dann. Ja, auf jeden Fall, das bin ich momentan so ein bisschen am Versuchen zu verkaufen. Ansonsten ist eigentlich schon alles verkauft, außer der Esstisch und das Sofa. Die Fernseher nehme ich mit, mein Bett nehme ich mit, meine Kleiderschränke nehme ich mit, die drei. Aber halt die ganzen Kommoden werden ausgetauscht in andere. Da werde ich euch aber dann in den Vlogs auf dem Laufenden halten. Und ich freue mich einfach so sehr. Das wird so eine tolle Journey. Und wie gesagt, ich freue mich einfach, alles ein bisschen mehr auf einem Platz zu haben. Also, wenn man Kinder hat, ist das die eine Sache mit 100 Quadratmetern. Ich sehe es ja auch bei meiner Tante. Also, meine Tante wohnt mit meinem Onkel und zwei Kindern zusammen auf 100 Quadratmetern. Und bei denen ist die Raumaufteilung der Wahnsinn. Also, wirklich der Wahnsinn. Die haben, glaube ich, fünf Zimmer oder so. Es ist super geräumig. Die haben einen riesen Flur. Und bei mir sind 100 Quadratmeter wie gar nichts, weil alles auf einer Fläche ist. Aber irgendwie auch doch nicht. Hier ist es super verwinkelt. Ich habe drei Balkons, wovon ich einen jemals benutzt habe. Also, es ist einfach super unnötig gewesen, hier zu wohnen. Abgesehen von der Miete. Also, darüber wollen wir gar nicht reden. Wie viel ich hier reingesteckt habe am Miete. Hätte ich gefühlt eine Wohnung auch schon kaufen können in der Zeit. Deswegen, ich freue mich einfach, ein bisschen weniger für eine Wohnung zu bezahlen. Und dafür mehr Geld für Reisen und so weiter zu haben. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich einfach freue, mehr Geld zur Verfügung habe für Reisen. Und ich habe ja letztes Jahr so ein bisschen das Reisen für mich entdeckt. Allerdings habe ich seitdem exakt einmal Urlaub gemacht. Aber allgemein, das Thema Reisen begleitet mich jetzt so ein bisschen. Und ich habe dieses Jahr noch einiges vor. Also, ich habe übrigens auch vor, mit meiner besten Freundin auch ein bisschen durch Deutschland zu reisen. Also, wir haben auch noch ein paar deutsche, wie sagt man das so, Deutschland, Nordrhein-Westfalen Reiseziele, wo wir unbedingt hinwollen. Und da bin ich so gespannt, wie es wird. Ich weiß auch nicht, warum ich diesen Part nicht rausgeschnitten habe. Irgendwie, ich bin noch ein bisschen lost. Ihr merkt beim Schnitt, ihr merkt beim Reben, ist es nicht schlimm. Also, mein Live-Update ist, mir geht es super. Ich ziehe um und bin mich mental am reinigen. Ich bin viel am Lesen. Ich habe mein erstes Bücherregal gekauft. Leute, können wir es glauben. Ich habe einfach mein erstes Bücherregal gekauft mit 27. Und, ja, ich bin beim 27. Buch dieses Jahr angekommen. Ich habe auch heute nochmal Bücher bestellt. Also, ich bin so eine kleine Leseratte geworden. Und glaubt mir, Leute, so November, Dezember würde für mich einfach die Lesereise schlechthin. Also, so diese schlechte Wettermonate oder, ja, düsteres, dunkles, winterliches Wetter wird für mich einfach absolutes Lesewetter. Und vor allen Dingen bis dahin ist der Umzug dann auch schon durch. Ich habe dann wieder Zeit zum Durchatmen, zum Lesen und habe auch wieder einen freien Kopf. Diese Unordnung momentan macht mich ein bisschen wahnsinnig, um ehrlich zu sein. Und, ja, Leute, ich würde sagen, das war es von mir mit meinem Live-Update. Ich hoffe, dass es euch ansonsten gut geht. Ich hoffe, dass ihr mich vermisst. Das sind übrigens meine Wimpern, die ich benutze, in Gorges. Ich liebe sie. Ich verlinke euch meinen Shop auch wie immer unten in der Videobeschreibung. Falls ihr was bestellen wollt, ihr könnt mittlerweile versandkostenfrei bestellen, auch wenn ihr nur ein paar Wimpern bestellt. Und, ja, ich weiß nicht, ob es sonst noch was zu sagen gibt. Ich glaube, wir haben verstanden, ich ziehe um. Und, ja, ich bin einfach nur mega happy momentan. Ein bisschen gestresst, aber ich versuche, sobald der Umzug hinter mir ist, richtig Gas zu geben wieder auf YouTube. Also, ich habe auch wieder Bock, so jeden zweiten bis dritten Tag ein Video hochzuladen. Nur momentan steht es einfach gar nicht in meiner Macht, das zu machen, weil ich komplett ausgelaugt bin von den ganzen Dingen, die ich sonst drumherum am Planen bin, am Organisieren bin. Und, ja, ich hoffe, wie gesagt, dass es euch sonst gut geht. Das Wetter nervt mich auch ein bisschen, um ehrlich zu sein. Und ich habe euch ganz doll lieb, Leute. Ich hoffe, das Make-up hat euch gefallen. Ich hoffe, euch geht es ansonsten gut. Und, ja, ich habe euch ganz doll lieb. Fühlt euch gedrückt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Übrigens, das Video war vorher vorgedreht wegen der Hafer, aber nicht, dass ihr euch wundert. Mua!